Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine wichtige Ankündigung. Ab morgen übertragen wir unsere Online-Gottesdienste auf dem neuen YouTube-Kanal der Pfarrgruppe Steinheim-Kleinauheim. Ich lade Sie herzlich ein. Wie gehabt werden wir auf Facebook übertragen. Die Beschreibung zu dem neuen YouTube-Kanal der Pfarrgruppe finden Sie in der Videobeschreibung. Auf dem neuen Kanal YouTube-Steinauheim finden Sie auch ein Ankündigungsvideo mit ein paar Impressionen, Eindrücken vom morgigen Gottesdienst. Herzliche Einladung, wir sehen uns morgen auf dem neuen Kanal YouTube-Steinauheim, Steinheim-Kleinauheim und auf Facebook.